Hi Leute, grüßt euch. Der Opel-Club Blitzgewitter Steinburg hat uns auch eine kleine Videobotschaft geschickt, weil sie wollen sich auch erkenntlich zeigen, beteiligen am Treffen. Sie wollen das Opel-Treffen digital unterstützen, da freuen wir uns natürlich riesig drauf. Und sie haben eine kleine Videobotschaft für euch. Letztes Wochenende wäre eigentlich ihr Treffen gewesen, das ist natürlich jetzt ausgefallen. Ich freue mich natürlich auch auf nächstes Jahr. Ich war letztes Jahr auch schon bei Ihnen, also das wird auf jeden Fall nächstes Jahr eine richtige Sause. Und ich habe mich schon mal passend gekleidet, denn jetzt kommt die Videobotschaft vom Blitzgewitter. Hallo liebe Opel-Familie, hallo liebe Opel-Laner, liebe Opel-Freunde. Ja, wie ihr wisst, in diesen schwierigen Zeiten, gerade aufgrund von Corona, fällt es schwer, wirklich Opel-Treffen zu besuchen, zu veranstalten. Auch wir waren davon betroffen. Dieses Wochenende hätten wir eigentlich richtig die Sau durch den Knick gehen lassen bei uns in Steinburg. Das Team vom Blitzgewitter Steinburg findet es natürlich sehr, sehr schade, dass wir dieses Jahr das Ganze nicht veranstalten dürfen. Desto mehr freuen wir uns eigentlich über die Einladung von Klucki, nämlich eine Idee, ein Konsortium aus mehreren Leuten, Doc Calibra, Desven Glöckner. Generell sitzen da viele im Boot, auch mit dem Motorsport, Arena und Co. haben die Idee, dieses digitale Opel-Treffen 2020 ins Leben zu rufen. Wir haben uns gedacht, wir wollen das Ganze mit unterstützen, damit auch ihr live dabei sein könnt. Also haben wir uns überlegt, ja Mensch, wir werden wie jedes Jahr unseren Blitz noch mal ein bisschen aufhübschen und noch mal mobil machen, sodass wir nämlich auch den Weg dorthin antreten können, um letztendlich dann an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Weil wir haben was ganz Besonderes im Petto. Wir möchten nämlich unsere traditionelle Weihnachtsfeier direkt mit vor Ort feiern, um dort ein bisschen Spaß zu haben, Schwachsinn zu sappeln. Oh, ho, ho! Und der W-Punkt-Mann, der wird auch dabei sein. Genau. Wie jedes Jahr. Peter ist mit an Bord. Gemeinsam werden wir wohl den ein oder anderen, ja, je nach Wetterlage, Glühwein oder auch Motivationsgetränk zu uns nehmt und werden euch dran teilen lassen und haben so einen Bock, das ganze Team steht dahinter und möchte einfach like das bei Facebook, teilt es bei Instagram und so weiter und so fort und lasst uns vom 18. bis 20. Juni ein richtig geiles Wochenende erleben und richtig Gas geben. Und wir werden uns richtig schön motivieren, Geschenke austeilen, was auch immer. Ja, wir haben immer irgendwas im Petto. Lasst euch einfach sehen. Ja, bis dahin. Ciao.